Anstehende Veranstaltung am 18. und 19. Mai. Teaming up for safety von DuPont. Hallo, mein Name ist André Palka. Ich freue mich auf intensive Gespräche mit Sicherheitsexperten, HSE-Fachleuten und allen Personen, die sich für das Thema Arbeitssicherheit begeistern, mit Ihnen zusammen am 18. und 19. Mai. Hier haben Sie die Gelegenheit, Ideen auszutauschen oder einfach nur zuzuhören und voneinander zu lernen. Teaming up for safety bringt Ihnen alle wichtigen Sicherheitsthemen näher. In verschiedenen unterschiedlichen Formaten und unter Ausreizung der Grenzen der Online-Technologie. Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr über die Veranstaltung. Hallo, ich heiße Alja Begrisch. Was erwartet Sie auf der Veranstaltung Teaming up for safety? Demos aus unserem Technikcenter in Maran, Podiumsdiskussionen über Lehren aus der Pandemie, wie man sich auf die Zukunft vorbereitet, intelligente Einblicke in PSA und Nachhaltigkeit. Dies sind nur einige von vielen Themen, die Ihnen von zahlreichen Branchenführern und hochkarätigen Sicherheitsexperten präsentiert werden. Im Rahmen von Teaming up for safety erhalten Sie die besten und neuesten Ansichten und Ideen, alles verpackt in einer einzigartigen zweitägigen Veranstaltung. Melden Sie sich also unbedingt noch heute an und werden Sie Teil des Teams. Sichern Sie sich Ihren Platz in der ersten Reihe bei der Online-Veranstaltung Teaming up for safety von DuPont. Lassen Sie uns zusammen für mehr Sicherheit sorgen. Registrieren Sie noch heute.